so da wäre ich ja gott sei dank wir können ernten versuch das ich habe eine hiege gemacht die ernte ich? äh links klick aber so dass nix in der hand hast am besten wir kriegen die axt weg geh halt auf den freien slot ich hab kein freien ja keine ahnung normal müsste es trotzdem gehen mit links klick ich schmeiß trotzdem die prohe das zeigt ja so ein plus an ich erfülle mal den einen auftrag mit irgendjemandem sommer nämlich oh neue tiere aufziehen können wir gleich anfangen tiere aufziehen ja bringe george eine pastinake wo ist der george die nachricht verstehe ich jetzt nicht ganz irgendwas in nähe von bergsee im erdrutsch ist jetzt beseitigt keine ahnung ich hab keine prüfe ja weil ich es schon gelesen habe ich folge ihnen was für ein geräusch grad ach da oben habe ich das hofbuch so eine vogelscheuche herstelle was ich gucke jetzt erstmal wer der george ist ach der alte mann wo wohnt der nochmal irgendwo oberrechts oder sowas der im rollstuhl hab ich nur nix sehe was doch doch dann habe ich da was unfreundlich irgendwo rechts oder oder habe ich das falsch im kopf bei der alte frau ja aber wo waren das glaubt da in dem haus ne das ist ein anser aber da sag ich mal hallo ich komm nicht rein das war jetzt irgendwie komisch hä wie spinnt das da ach da ist der george ach woanders wo ich nicht komme bin eins höher ja ich gebe es um doch dann ist die Mission ja erfüllt ja ich hab die ja eh ne wir haben Geld verdient wie stellt dich eine Vogelscheuche her das weiß ich nicht kannst du auch eine Vogelscheuche hier 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 das ist meine Mission ok ich weiß ja nicht wie ah da erreiche Hofarbeit Stufe 1 haben wir überhaupt schon Stufe 1 vielleicht guckst du das erstmal baue ein Hühnerstall guck mal wie viel ich hallo gesagt habe 22 du brauchst einen Hühnerstall und ich brauch vor verseuche vor verseuche schrein geladen halt hier nach rechts tscher hast du geguckt ob du hoferarbeit schon Level 1 hast Erreiche Level 1. Ja, schon Level 1 schon. Wo steht es? Weiß ich doch nicht. Muss ich halt gucken. Nee, halt. Hier muss ich bald hin. Star hoch. Nö. Bei mir steht noch Star Kalon. Das ist dann besser. Ich guck. Hocharbeit. Also ich hab Level 1. Das ist doch schön. Ja, bei Fähigkeiten ist das. Wo ist Fähigkeiten? Ah, E. Und wo steht es? Ja, guck doch einfach. Der zweite Reiter. Äh, da steht Hocharbeit. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ja, ich hab schon eine 1. Du musst wohl ein bisschen Hocharbeit machen, hm? Ich hab die ganze Hocharbeit. Mach das jetzt. Nee, ich hab mehr gegossen, glaube ich. Du hast nur Zeug abgeholzt. Das ist kein Hocharbeit, glaube ich. Hühnerstall. Oh. 4.000 Geld, 300 Holz und 100 Stein. Wow. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr anpflanzen, oder? Damit da ein bisschen Geld reinkommt. Ja, dann wir vielleicht noch ein bisschen mehr anpflanzen. Da ist das gar nicht so gut. Moin, dann kann ich noch ein bisschen runter kommen, oder? Das ist gar nicht so gut. Dann dado das geht runter. Was ist los? Ich hör dich grad ganz schlecht irgendwie. Hörst du mich nochmal? Ja. Wie viele Tage hat hier einen Monat? Welchen Monat meinst du? Hat der Frühling? Wie lange geht denn der Frühling? Das ist ja eine gute Frage, welcher Monat es ist. Wir sind im Frühling. Wie lange geht der Frühling? Das weiß ich nicht. So. Guck mal im Monat, ob ich irgendwo Vogelscheuche, Holz haben. Du bist doch noch in Stufe 1. Du kannst noch keine Vogelscheuche bauen. Ich komm mal zu dir. Ich hab Samen gekauft. Guck mal die Pflanze. Du wirst bestimmt Hocharbeit Stufe 1. Ich leg's in die Truhe, ja? Jupp. Hast du denn eigentlich? Ja. So. Also Steine und Holz nicht verkaufen, ne? Steine hab ich vorhin verkauft. Ja, mach das bitte nimmer. Brauchen wir doch zum Bauen. Und die kleinen Bäume lassen wir wachsen, hätte ich gesagt. Ja. Das sind nur die großen Fälle. Ich muss dann eh bald wieder Pause machen. Ich hab zu viel gearbeitet. Bist du jetzt Stufe 1? Nein. Dann guck ich jetzt mal nach einer Vogelscheuche. Nö, hier ist keine Vogelscheuche dabei. Komisch. Ich verkauf mal das Harz. Das kannst du machen, ja. Du kannst immer eh pleite, aber ich hab die Pastinacke reingeschüssen von daher. Äh, die kannst du auch neu schmeißen, ne? Ich hab genug reingeschüssen. Hast du die Pastinacke rein? Ja. Gut. Äh, Holz hab ich. 93. 90. Also, ich geh schon mal. Ah, ich warte auf den Meter auf dich. Ja, du musst auf mich warten. Da bleibt dir gar nichts anderes übrig. Ich warte. Was machst denn du immer so viel, dass du gleich K.O. bist? Ach ja, ich wollte Stufe 1. Ja, trotzdem, was hast du gemacht? Gehackt. Gehackt. Holz gemacht. Ich bin auch gleich so weit. Ach, warten wir noch ein bisschen. Es ist ja schon 21 Uhr. Ja, okay. So viel, wenn du immer gleich K.O. bist. Er lädt sich gerade im Bett schon auf. Bald geht auch voll. Echt jetzt? Er lädt sich auf? Ja, im Bett. Hab ich auch nicht gewusst. Oh. Ach, ich bin jetzt erst Stufe 1. Gießkann-Effektivität und Haken-Effektivität plus 1. Und Vogelscheuche kann ich jetzt bauen. Ja. Und Dünger. Oh, Sammelnstufe 1 bin ich auch. Hast du das auch alles? Äh, bei mir steht 6. Tag im Frühling. Ah, okay. Dann war da auf andere Spieler. Dann hast du noch kein Level-Up anscheinend. Ich war auch immer auf dich. Ja, ich hab ja erst mal meine Level-Ups eingucken müssen. Kräht ein Hahn? Äh, heh. Hast du schon für alle Leute begrüßt? Nein, ich finde die doch alle gar nicht. Kann ich jetzt einen großen Felsen machen? Nein. Okay. So. Den Gießmark machen wir alles. Mhm. Trotz der Lärmbelästigung. Dass ich das Gießgeräusch höre bei dir, verstehe ich gar nicht. Ich hab einen Ahorn-Samen. Toll, kann ich einen Baum setzen. Vogelscheuche. Ups, ich brauch Fasern. 50 Holz, Gusti. Das ist ja beschiss. So. So. Ich hab auf jeden Fall nichts dazu gekriegt. Bin Stufe 1. Äh, Stufe 0. Okay. Mein Inventar ist wieder voll. Ich hab weh gemacht, ich hab alles gemacht, aber trotzdem krieg ich nichts dazu. Videos. Ja, keine Ahnung. Hast du Fasern noch dabei? Ich hab eine Mache. Funde. Ich hab Fasern, ja. Wie viel? Drei, aber brauch doch nichts. Was? Die, äh, die wollte ich doch bauen. Ja, ach. Ich geb dir dann die Sache, kannst du bauen. Wenn du's dann irgendwann bauen kannst. Und was brauch ich denn dann für die überhaupt, bevor ich alles wieder... 50 Holz, eine Kohle. Ah, die Kohle hab ich verkauft. Ja, ich hab noch, ich leg's in die Truhe. Sonst kannst du nicht alles verkaufen, was du findest. Wie viel Fasern? 50. 50. 31. 31 hab ich. Das da. Ich muss jetzt mal was ablegen, das ist ja schrecklich so. Inventar voll. Inventar voll. Ja, das ist doch doof. Tja, aber... Ja, du machst ja auch grad keine Hofarbeit. Denk da mal dran. Ich hab... Ich hab... Ich hab gegossen. Ja, gegossen ist gut. Ich hab einen Weg gebaut. Ich hab die eigentlich alles gehackt und gemacht. Ich kann's auch nicht ändern. Vielleicht hab ich zu wenig Leute getroffen. Das hat doch aber damit normal nichts zu tun. Komisch. Das ist echt komisch. So. Ich laufe nochmal in die Stadt oder was? Komm mal vor. Ich wollte für den Hühnerstall noch Holz sammeln. Ich finde eh in der Stadt keine Leute. Scheiße. Wenn's Eierfestival ist, wird mir ja die Leute... Treffer alle, hoffe ich. Das sehen wir noch. Die haben Eichhörn hingetroffen. Oh. Ah, da ist ein Bus. Was war denn das jetzt? Kann ich aber nicht frei. Ich hab eine Geode gefunden. Ich soll zum Schmied gehen. Was willst du denn beim Schmied? Ich hab eine Geode gefunden. Keine Ahnung. Wem soll ich die zeigen? Ich hab eine Kinder rum. Die sprechen wir doch mal an. Ich leg mal noch Samen in die Truhe. Die kannst du ja dann auch noch anpflanzen. So, wie viel haben wir denn jetzt getroffen? 23. Ich hab 22. So, wo ist denn jetzt der Schmied? Ich glaub der war irgendwo oben. Die ist ja aber... Die ist aber sehr nett, die eine. Wenn ich jetzt so hässliche Klamotten trage, wär ich vielleicht ganz süß. Das Schmied ist unten rechts. Okay. Das Schmied ist unten rechts. Wir müssen die Musik ein bisschen leiser machen. Mhm. Das ist schon richtig. Ähm, wir klicken die Musik jetzt immer leiser. So, was bringt mir das jetzt? Ein Erdkristall hab ich jetzt gekriegt. Ganz toll. Soll nicht noch mehr Samen kaufen gehen? Oh jetzt hab ich 24. Weiß ich nicht. Ups. Krieg ich grad ne Sequenz? Ja. Hä? Der Gunther? Was will denn der jetzt? Äh, Quarz haben wir nicht. Ne, haben wir noch nix. Wahrscheinlich eine Höhle dann später. Also der Gunther will Artefakte und Minerale gespendet kriegen. Der Gunther. Der Gunther. Der Gunther. Ein blauer Hut. Mhm. Okay. Es ist geil, ob das jetzt sinnvoll ist, ihm das Zeug zu geben. So, wie viel habe ich jetzt? 25 habe ich jetzt. Okay, ich hab dem Museum mal mit einem Erdkristall gespendet. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee war. Oh, 250 Gold haben wir dafür gekriegt. So, was ist jetzt da, die Kerriko war. Also, das war die Kerriko war. So, jetzt gehen wir mal mit dem noch. Ich kaufe jetzt einfach mal noch ein bisschen Zeug. Kaufe und kaufe und kaufe. Ja, keine Ahnung. Du musst ja irgendwie Geld verdienen. Ja, ach, da sind ja Kühe und so. Da waren wir doch schon mal. Vielleicht soll ich mal was kaufen. Du kannst ja wieder einsetzen jetzt. Du musst halt heimkommen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich habe das Gefühl, dass wenn man morgens arbeitet, die Energie viel krasser runtergeht, wie wenn man mittags schafft. Weil ich habe heute diesmal auch morgens gearbeitet. Das Ding ist fast leer. Ich auch. Ach, da ist ja ein Türmchen. Da können wir noch was tun. Ich muss das heimkommen. Mach ich doch. Bin doch auf dem Heimweg. Wir müssen ja noch alles gießen, was da jetzt ein Fleisch. Ja, ich bin doch auf dem Weg. Ich habe sie in die Truhe gelegt. Ich denke noch mal, dass ich richtig unterwegs bin. Oder auch nicht, fahr ich mich mal auf die Karte gucken. Oh, ich bin zu weit weg von uns. Jetzt ist es nach oben. Dauert noch ein bisschen. Ja. Ach, da hat irgendjemand was eingepflanzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt diebisch war. Ach, da sind alle lauter Frühlingszwiebeln. Klaus, sind es den Nachbarn was? Die sind die Wachse da wild. Weißt du, ob die jemand sagt? Hallo, es ist schon 22 Uhr. Wie sieht es denn aus? Ja, ich bin auf dem Weg. Ich muss ja erst mal heimkommen. Ich habe mich ein bisschen verlaufen. Oh, shit, das ist wieder die falsche Richtung, wo ich bin. Schlaf mal, du bist ja länger heute. Bisschen kürzer, meinst du? Vielleicht dürfen wir ja auch schlafen. Ja, ich komme, glaube ich. Glaubst du? Ja, da war ich zwar noch nie, aber ich glaube, das ist jetzt die Wichtige. Zeigst du auch an, dass ich bei dir bin, oder? Ja. Ach, da ist mein Haus, ja. Ich lege noch kurz was in die Drohle. So, ich soll die Samen aus der Tugel rausnehmen. Ach, die Tugel. Verdien hier das ganze Geld. So, jetzt geht's schlafen. Ab, ab. Ach, ich dachte, du wolltest pflanzen. Ja, um 23 Uhr, nicht? Hätte ich's doch selber machen sollen, oder? Oh, Samenstufe 1 habe ich noch. Ja, aber da Zeit. Axt, Axt, Effektivität plus 1. Bäume. Samenfallen, ja, das müssen wir ja. Rezept, bildende Saat. Müsli-Riegel habe ich gekriegt. Jetzt brauchst du aber noch Hofarbeit mal Stufe 1, damit deine Dings bauen kannst. Ich habe ja nur Sammeln, ja. Heute hat, glaub ich, irgendjemand Geburtstag. Müssen wir gratulieren gehen. Ja. Aber hast du auch bei Hofarbeit, hast du bei Hofarbeit noch eins, oder? Nee, und bei Sammeln. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.